Eliam wollte malen und hat direkt angefangen, seine ganze Farben vorzubereiten. Er hat als erstes die ganze Quaschfarben befeuchtet und mit einem Pinsel hat er direkt losgelegt. Er hat zuerst den Hintergrund gemacht und während der Hintergrund getrocknet ist, wollte er unbedingt rausgehen und spielen, auch beim Regen. Und als wir wieder zu Hause waren, hat er hochmotiviert weitergemalt. Nachdem er fertig war, habe ich alles abgeräumt und natürlich auch ein bisschen mit ihm gespielt. Und dann war er mega glücklich mit seinem Bild.